So Leute, im heutigen Video werden wir uns darüber unterhalten, warum Bitcoin momentan nach unten sinkt. Wir werden uns die Long-Term-Charts anschauen und selbstverständlich werden wir uns auch über meinen Trade unterhalten, der momentan in einem Verlust ist. Die Frage ist, habe ich jetzt Panik, was mache ich mit meinem Trade und genau darüber werden wir uns gleich im Video unterhalten. Und damit willkommen zurück meine Freunde. Mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man hier Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke. So, dann lasst uns jetzt mal über Bitcoin sprechen. Nachdem wir vor ein paar Tagen diesen großen Drop gehabt haben, da sind wir konsolidiert, weiter nach unten gegangen, haben Unterstützung bei meiner orangenen Linie gefunden. Und dann haben wir damit gekämpft, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal wieder über diese Linie zu kommen. Und dann ging es wieder ein bisschen weiter nach unten und zwar zu 34.244 Dollar. An dieser Stelle sind wir jetzt von meiner orangenen Linie, wie üblich, zumindest ein bisschen unterstützt worden. Genauso wie wir hier gesehen haben und an dieser Stelle, als wir nach unten gegangen sind, da wurden wir auch von der orangenen Box unterstützt. Wir wurden hier unterstützt und natürlich genau hier. Das Ding ist, unabhängig davon, was hier passiert ist, sieht momentan danach aus, als könnten wir ein bisschen Fortsetzung nach unten sehen. Also ganz einfach, wenn man sich diesen Chart anschaut. Aber eine Sache, die sich mittlerweile gezeigt hat, ist, dass die Unterstützungslevel hier definitiv ihre Aufgabe erfüllen, zumindest kurzfristig. Das ist jetzt eine Sache, die man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollte, wenn ich über meinen Trade spreche. In diesem Moment, ja, sieht man definitiv, dass wir in einem Abwärtstrend sind und auch diesen Abwärtstrend weiter fortsetzen. Und ja, das müssen wir uns einfach immer wieder vor Auge halten. Eine äußerst interessante Sache ist jetzt auf dem Weekly Chart. Auf dem langfristigen Chart können wir sehen, dass wir tatsächlich mittlerweile bis zu der roten Linie nach unten gegangen sind. Und das ist eine Riesensache. Hier kann man sehen, einfach wie oft wir von dieser roten Linie unterstützt wurden. Hier kann man sehen, dass, ja, während dieses Virusabsturz sind wir da runtergefallen und das war eine mega Kaufgelegenheit. Seitdem wurden wir jetzt auf jeden Fall ein paar Mal von dieser wichtigen roten Linie unterstützt, die nach oben gerichtet ist und deswegen immer weiter nach oben geht. Man kann jetzt zum Beispiel sehen, dass wir hier mehr oder weniger unterstützt worden sind. Dann kann man definitiv sehen, dass wir während des Bullenmarkts von 2015 und 2017 unterstützt worden sind. Es gab also definitiv einige Male, wo wir Unterstützung an dieser roten Linie gefunden haben. Und diese Gelegenheiten, wo wir da runtergegangen sind, das waren einfach mega Kaufgelegenheiten. Das ist jetzt auch vor allem der Grund, warum ich immer noch meinen Trade aufhabe und der ist mittlerweile sage und schreibe 200.000 Dollar groß. Ich habe es jetzt also tatsächlich geschafft, meine Buy-Order mit 100.000 hier bei dieser Position auszuführen und das ist super interessant. Mein durchschnittlicher Einstiegspreis liegt momentan bei 35.965 Dollar. Und ich habe jetzt auch ein bisschen mehr Margin zugefügt, einfach um den Liquidationspreis ein bisschen niedriger zu machen. Das wird also wirklich super interessant werden. Und klar, momentan sieht das jetzt nicht allzu super aus, aber ich bin immer noch ziemlich zuversichtlich, dass dieser Trade letztendlich dann doch profitabel sein wird. Wir haben natürlich einfach diese massive Unterstützung. Wir haben die rote Linie, wir haben jetzt auch noch ein paar weitere Unterstützungslevel. Wir haben einmal die bei 34.250, die wir gerade testen. Dann haben wir noch 33.061 und dann natürlich die große, also die wirklich große. Und meiner Meinung nach, jeder Kauf unter 30.000 Dollar ist einfach ein richtig guter Kauf. Ich denke jetzt auch, dass es ein großer Kampf sein wird, überhaupt unter 30.000 Dollar zu kommen. Ich denke, das wird eine richtig große Unterstützung für Bitcoin sein. Wenn wir uns jetzt mal die traditionellen Märkte anschauen und ich spreche auch gleich darüber, warum wir überhaupt nach unten gehen. Auf jeden Fall kann man jetzt sehen, dass am Freitag, als die traditionellen Märkte geschlossen haben, dass wir tatsächlich unter dieser ziemlich wichtigen orangenen Linie bei 4.116 geschlossen haben. Und das Ding ist, das Level an und für sich sollte am besten halten, denn man kann ganz klar sehen, wie wir in der Vergangenheit hier immer wieder Unterstützung gefunden haben. Es wird jetzt also definitiv interessant sein zu sehen, ob wir uns hier noch weiter nach unten bewegen, denn ja, man kann klar sehen, dass wir, wir haben da ein ganzes Stück nach unten und zwar bis zu 3.854, bis wir die nächste Unterstützung haben. Das ist definitiv etwas, was man beachten sollte. Und warum gehen wir jetzt überhaupt nach unten? Naja, es wird momentan viel darüber berichtet, dass am 9. Mai, also morgen, dass etwas Großes passieren wird. Das Ding ist nämlich, der 9. Mai ist ein ziemlich wichtiger Tag für Russland. Das ist der Tag, an dem sie die Deutschen im Zweiten Weltkrieg besiegt haben. Deshalb ist es eine Riesensache. Und die Befürchtung, zumindest im Westen und auch das, was in den Nachrichten berichtet wird und auch definitiv momentan Angst in den Markt verbreitet, ist, dass jetzt morgen eine Art von Ereignis stattfinden wird. Was wird das sein? Das weiß natürlich keiner so genau. Wir wissen lediglich, das ist ein ziemlich wichtiger Tag für Russland und wir wissen nicht, was morgen passieren wird. Vielleicht werden sie der Ukraine offiziell den Krieg erklären, vielleicht wird es etwas anderes sein, vielleicht wird es auch irgendeine Ankündigung von Putin geben. Im Grunde genommen weiß eben überhaupt keiner, was morgen passieren wird. Und das ist jetzt auch einer der Gründe für die Unsicherheit und für den ganzen Bitcoin-Fahrt. Wir werden, wie gesagt, sehen, was morgen passieren wird. So, zu guter Letzt will ich euch jetzt nochmal daran erinnern, dass wenn ihr keinen Ledger habt und ihr trotzdem größere Mengen an Krypto besitzt, besonders wenn ihr mit DeFi interagiert oder auch mit Open-C-NFTs, es ist einfach unfassbar wichtig, dass ihr euch eine Hardware-Wallet besorgt. Ledger ist meiner Meinung nach die beste Hardware-Wallet. Es gibt den Ledger Nano S Plus, den benutze ich auch selber und das ist all und für sich einfach ein super wichtiges Gerät, falls ihr irgendwelche Krypto-Währungen besitzt. Falls ihr also noch keinen Ledger habt und ihr möchtet euch einen besorgen, ich habe unten in der Videobeschreibung einen Link für euch. Den könnt ihr benutzen, um euch einzubestellen. Damit unterstützt ihr mich und den Kanal und gleichzeitig stellt ihr natürlich auch sicher, dass ihr eben nicht gehackt werden könnt und ihr alles verliert, was ihr besitzt. Ich kann euch aus Erfahrung sagen, das ist wirklich keine schöne Sache. Und damit sind wir dann auch schon am Ende des Videos angelangt. Falls euch das Video gefallen hat, dann schreibt gerne einen Kommentar, lasst ein Like da und teilt das Video auch mit euren Freunden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns dann im nächsten Video.